Hallo Schalke-Fans! Willkommen zu einem weiteren Video von unserem Nachrichtenkanal, in dem wir Ihnen die neuesten Nachrichten über unseren Lieblingsverein bringen. Heute sprechen wir über tolle Neuigkeiten, die uns alle begeistert haben, Schalke hat ein DFB-Juwel befördert, den jungen Linksverteidiger Vitalie Becker, der einen Profi-Vertrag bis 2027 unterschrieben hat. Doch wer ist dieser Junge, der die Aufmerksamkeit der Trainer auf sich gezogen hat? Und der Fans? Und was kann er in der nächsten Saison zu unserem Team beitragen? Bleiben Sie dran und wir erzählen Ihnen alles. Vitalie Becker ist ein Produkt der Knappenschmiede, Schalkes berühmter Akademie, wo er seit der U9 alle Jugendmannschaften durchlaufen hat. Mit 18 Jahren ist er Kapitän der U19-Mannschaft, wo er in dieser Saison 19 Spiele bestritt, zwei Tore schoss und sechs Assists lieferte. Darüber hinaus wird er regelmäßig in die deutsche U19-Nationalmannschaft berufen, wo er sich durch seine Technik, Schnelligkeit und Spielübersicht auszeichnet. Schalke verschwendete keine Zeit und sicherte sich den Aufenthalt des talentierten Außenverteidigers für weitere vier Jahre, beginnend am 1. Juli 2024. Sportdirektor Marc Wilmot lobte den Spieler in einer offiziellen Erklärung und sagte, er sei ein talentierter Junge aus der Region, an dem er hart gearbeitet habe hat sich in den Jugendmannschaften gut entwickelt und wird ab Sommer dauerhaft in die Profimannschaft integriert. Auch Trainer Karel Gererz zeigte Vertrauen in Becker und sagte, er sei ein junger Spieler, der sich unbedingt auf Schalke etablieren möchte. Er verriet, dass Becker einige Male mit der ersten Mannschaft trainiert und gespielt hat, gute Leistungen gezeigt und sich gut an den Spielstil der Mannschaft angepasst hat. Die Chancen, dass Becker weitere Chancen bei den Profis erhält, stehen gut, da Schalke nur zwei Linksverteidiger im aktuellen Kader hat, Thomas Auerjan, der einen Vertrag bis zum Saisonende hat und möglicherweise nicht verlängert, und Derry John Murkin, er ist Inhaber der Position und hat einen Vertrag bis 2026. Becker könnte je nach Leistung eine gute Ersatzoption für Murkin sein oder sogar mit ihm um den Platz konkurrieren. Und Sie, Schalke Fan, was halten Sie von Beckers Aufstieg? Glauben Sie, dass er in Zukunft ein wichtiger Teil unseres Teams sein kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um Benachrichtigungen über kommende Videos zu erhalten. Glück auf!